Ja, das könnte das Problem sein. Warte mal ganz kurz. Der 1. April. Mhm. Die Facecam mag mich nicht. Merkt ihr das? Die Facecam mag mich nicht. Schalt ihr das an? Warte mal, ich muss ein bisschen runter. Ich glaube, ich bin nicht im Fokus. Ja. Ist es jetzt besser? Ich glaube, jetzt habe ich mich wieder einbekommen. Ich glaube, jetzt geht es wieder. Erstmal mit einer Gesichtskirmes. Deshalb habe ich auch hier angefangen. Es sieht immer scheiße aus. Jetzt reicht es aber. Jetzt gucke ich aber nach, Leute. Jetzt bin ich gleich noch mal da. Wartet mal ganz kurz. Jetzt habe ich hier Gesichtskirmes auch noch. Wartet mal. Dann machen wir das Geld unseres Lebens hier. Warte mal, ich fahre lieber hier raus. Hier ist scheiße. Inzwischen. Ich bin jetzt gerade dabei, hier Handel zu fangen. Hashtag der Handel Handel. Der Handel Handel. Warum schieße ich mir schon wieder ein Eigentor? Das nimmt der Körtl jetzt aber nicht in den Titel. Das nächste Mal. Handel Handel. Please, don't. Don't do it. Just don't do it. Nächster Videotitel steht dann mal fest. Ach, leck mich doch am Arsch. Mann. Okay, aber wir kommen einmal. Eine Runde spür mir noch. Die letzte Runde. Ich sage immer, die letzte war jetzt wirklich. Dann lasse ich. Dann lasse ich die Finger heute von den Rubbellosen. Aber die machen süchtig. Wisst ihr was? Ich hole noch mal hier vorne dann eins hier. Ich kann es nicht lassen, Leute. Ich brauche noch mal. Leute, eins hole ich mir noch von euch wirklich auf. Also. Ach, scheiße. Ich sage noch die. Ach, 3.000 Dollar Minus. Jetzt habe ich auf jeden Fall Minus gemacht mit den Rubbellosen. Weißt du was? Komm, scheiß drauf. Ich muss noch mal gucken. Das ist egal. Leute, ich bin spielsüchtig nach diesen Dingern. Ich hätte die nicht reinmachen dürfen. Ich hätte nicht. Aber auch wieder keinen Win. Okay, jetzt will ich die allerletzten. Ich schwöre es jetzt. Okay, dann höre ich auf. Die allerletzten. Die allerletzten drei. Dann höre ich auf. Dann bin ich jetzt eh Minus. Den Koffer raus, kommen wir das Rubbellos rein, okay? Und unser neuer Try. Komm, wir müssen jetzt Glück haben. So, einmal rein. So, okay. Alles ist draußen. Und jetzt? Und jetzt sind da 10.000. Fast. Es hätte fast funktioniert, okay? Fast. Komm. Wir sagen, es hat fast funktioniert. Und Win habe ich jetzt auch keinen. Ach komm, scheiß drauf. Gut, dann machen wir diese Orangen zuerst. Aber vielleicht hat uns das Rubbellos gerade geholfen. Vielleicht, wenn wir da jetzt irgendwie... Wenn wir die andere Route gefahren, hätte uns vielleicht einen Panzer überfahren. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht war das ja nur Schicksal, dass wir das den WT genommen haben. Mit dem Blitzer. Vielleicht nicht auch einfach nur blöd und kann es nicht lassen. Ich wollte nur schauen, was los ist, Bruder. Du kannst auch einfach rechts ran fahren. Du blockierst den Weg. Weißt du, was ich meine? Bruder. Bruder. Bruder, hör auf damit. Ich bin bewaffnet, ja? Bruder, verpiss dich. Verpiss dich. Schleich dich von mir, du kranker. Was krank, Bruder? Du nimmst mich einfach hoch, oder was? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Nimm mal die Hände hoch. Nimm mal die Hände hoch. Weißt du, wer ich bin? Bruder, nimm die Hände hoch. Weißt du, wer ich bin? Ja, wer, 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 wer? Ich bin der Hartzmann. Und wenn du mich hochnimmst, ja? Wenn du mich, was willst du, wenn du mich doch mal so hoch nimmst, dann schieße ich dir die Eier weg. Und damit meine ich beide. Blödschtück Scheiße. Gehen wir nicht auf die Eier? Was? Was gehen wir nicht auf die Eier? Ich schieße gleich Eier raus, Bruder. Bruder, du hast rückläuigte kaputt gemacht. Verrame ich dich mit deinem Scheiß. 6er BMW. Was ist mit dir? Hörst du? Alter, was ist mit dir? Ja, komm. Jetzt schleich dich. Willst du, willst du nochmal? Soll ich auf Auto? Ja, kriegst du auf Auto. Auto, tschüss, rückläuigte kaputt. Road Rage. Das war der Putzi. Das ist doch die beste Idee ever. Damit ein Dietrich warten, bis sich da wer zugehängt. Indem die Hühner klauen aus dem Kofferraum. Das ist doch die geilste Idee ever. Oh, scheiße, nein. Oh, Karma. Karma. Das ist Karma gerade. Das ist heftiges Karma. Kannst du bitte den... Nee, den grüße ich nicht. Aber dankeschön, David Erhard. Nein, hat er nicht... Da wird... David Erhard. Das... Oh mein Gott, du hast nicht kein Doppelfast bekommen. Er ist einfach... Da wird... Erhard. Das ist doch mal ein geiler Name, Bruder. Den hast du dir jetzt verdient. Den hast du dir... Den hast du dir köstlich verdient für die 1 Euro, ne? Okay, Polizei. Das war Polizei. Da war Polizei, da war Polizei, da war Polizei, da war Polizei. Das war so schnell. Oh, Blitzer, nein. Karma. Ich hab einfach das Karma kassiert. Es war nix mehr im Auto drin. Ich bin so ein Asi, ich weiß, Leute. Aber es macht einfach so Spaß. Dann klau ich eben die ganzen Hütchen hinten raus. Ich hab ne grad... Wie viel war das jetzt? Über 20.000 Dollar aus dem Kopf herum geklaut. Am helllichten Tag, Alter. Ich kann nie mehr. Jetzt aber eilig, der Herr. Vielleicht wenn ich eh spame oder so. Wie jetzt zum Beispiel. Oh nee, Alter. Wie oft heute noch, bitte? Ey, ich kassier kein gutes Karma. Ich merke es, ich kriege alles im Leben zurück. Weil, stellt euch vor, ich knackte in den Wangen. Oh mein Gott. Ja, das ist scheiße. Das ist einfach. Ich bin so ein Assi. Ich bin so ein Assi. Da ist er. Ist er wieder. Scheiße. Oh, ich verpiss mich da mal, ne? Tschüss. Kennst du mich noch? So. Oh, da ist es. Nehmen Sie die Hände hoch oder Sie werden getasert. Hey, Hände hoch. Messer weg und Hände hoch. Zeig mir deine Hände. Oder ich hab nichts gemacht. Warte, ich muss Messer wegnehmen, ne? Umdrehen. Ja, warte, ich nehm noch Messer weg. Hey. Ja, bleib stehen. Wallah, ich hab gar nichts gemacht. Der lügt da draußen. Das ist ein H***. Sie haben sich gerade einiges verbaut. Ja, Sie haben mir gerade eine Mütze gelegt. Also da haben sich jetzt wirklich einiges verbaut. Die Warten. Das war kein Meter. Also bitte, Leute. Hört auch damit. Hey, hey, hey. Waffe weg. Steck die Waffe ein. Bruder, ich sag doch. Der ist voll hart. Der hat mir fast die ins Gesicht geschallert, die Waffe. Ich hatte Angst um mein Leben, weißt? Wenn ich sie frage, ob sie eine Waffe dabei haben und sie eine Waffe ziehen gegenüber von einem Polizisten. Das ist ganz recht wichtig. Geil. So langsinnig. So langsinnig. So langsinnig. So langsinnig. Hoppala. Äh, hoppala. Ja, sag doch, der hat irgendwas an der Birne. Der hat auch die ganze Zeit gesagt, seine Hühner sind weg und hält mir Waffe an den Kopf. Wollen Sie vielleicht den Kopf aus dem Boden rausnehmen? Ich gebe mein Bestes. Irgendwas stimmt mit dem da drüben. Sag doch von Anfang an, der ist komisch. Ja. Ja, ähm, Herr Simon ist gerade irgendwie durch den Boden gefallen. Ja, da ist er selber schuld, wenn er mit dem Ding spielt hier. Er klitscht sich einfach mit dem Skateboard runter. Schau, der schiebe da drauf. Guck es dir an. Ich feier das. Ah, geil. Jetzt ist es mit in der Westgelau. Pass mal auf, jetzt ist es ausgebrochen. So ist es. Aua. Geil. Komm her. Oh nein, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Bitte am Boden bleiben, ich möchte nicht Leben verlieren. Au. Geil, Alter. Richtig geil. Das ist Andel, ne? Wala, du musst aufpassen, es sind schwere Zeiten hier draußen. Er hat mir Waffe am Kopf gehalten später, weil ich nochmal dort war. Wala, hörst du mir eh zu? Bruder, hörst du mich? Bruder, warum sprichst du nicht mit mir? Was ist denn los mit dir? Bruder, dann kannst du gleich aussteigen auch. Ich mach das immer, wenn er mitfährt, dass ich bereit war mit Absicht, dass er mich nicht hört. Ja, Bruder, warte mal, dann lass dich hier aussteigen, komm. Verpiss dich und mach Sport oder so, keine Ahnung, bitte. Guten Tag, ich möchte Rubbellose kaufen. Ich habe 7000 Dollar und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, erstmal Rubbellöschen gekauft. Dankeschön. Wieder nichts gewonnen. Das ist der schrecklichste Laden, wo ich jemals meine Rubbellose gekauft habe. Mein lieber Scholli. Bruder? Guten Tag. Wegen den Drogen. Wie schaut es aus? Wo ist doch die später? Achso, ich sehe gerade, du bist gerade Kontrolle. Ich fahr schon. So, jetzt haben wir jemanden auf den Kontrollen. Was? 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 Ich habe sogar hier in die Schüle schreiten gebracht. Wie ist denn nett, das hat mich auch verliebt, oder?